Ich wollte dieses Video für euch machen, weil immer wieder so viel Unklarheit darüber ist, ja was heißt es denn wirklich, wenn die ganze Welt eine Manifestation, eine Reflexion meines Bewusstseins ist. Was bedeutet das? Und mein bewusstes Sein, darin ist es eigentlich schon drin, mein bewusstes Sein. Was ich für mich weiß, was oder wer ich bin. Die Definition meiner Selbst oder auch mein Selbstkonzept, wie ich mich selber definiere, das sehe ich im Außen. Das reflektiert die Welt zu mir. Wenn ich mich selber als absolut erfüllt, und ich finde dieses Wort so wichtig, ich bin erfüllt mit all dem, was ich mir wünsche. Wenn ich das für mich als wahr annehmen kann, wenn ich bewusst weiß, wo dieser erfüllte Zustand herkommt, dann ist es meine Wahrheit. Und da ist der nächste Punkt, was so wichtig ist. Ich muss bewusst wissen, ohne Zweifel wissen, was, wer, wie bin ich, wie wirke ich. Wenn ich da noch irgendeinen Zweifel habe, dann heißt es, ich glaube tatsächlich noch irgendwo, dass ich ein Opfer bin. Und wir haben nur zwei große Bewusstseinszustände zur Auswahl. Einerseits diesen menschlichen Design, Opfer, Ego, Design, Bewusstseinszustand. Wo ich immer noch glaube und denke, dass es eine manifestierte Welt gibt, in der ich mich bewege und an die ich mich anpassen muss. Dass es Umstände, äußere Umstände gibt, die sind in Stein gemeißelt. Und diese Welt hier ist in Stein gemeißelt. Und jeder, ich sitze hier, ich bin in den Bergen. Und die äußersten Umstände sind fest wie ein Berg. Und ihr wisst ja, in der Bibel steht auch, Jesus sagte zu dem Berg, Bewege dich! Und der Berg hat sich bewegt. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt rein. Wir glauben tatsächlich, dass die äußeren Umstände, wenn wir uns nach außen orientieren, wir glauben, dass sich äußere Umstände bewegen, dass sich Berge bewegen, wenn wir sagen, Berg bewegt dich. Und wir warten, bis der Berg sich bewegt. Und das ist eben diese Fehleinschätzung, diese Fehlwahrnehmung, dass ich in diesem Zustand hier stehe und ich drehe mal die Kamera, damit du es ein bisschen besser verstehst, ich stehe hier vor diesem Berg, ja? Und ich stehe in diesem Zustand hier. Ich bin die Patrizia und ich möchte, dass sich dieser Berg bewegt. Und dann sage ich, Berg bewegt dich. Und der Berg ist immer noch da. Aber jetzt verändere ich meinen Seinszustand. Ja, jetzt verändere ich meinen Seinszustand. Ich bin jemand, ich nehme gar keinen Berg wahr, der mich stört. Ich brauche überhaupt keinen Berg wahrnehmen. In meiner Realität gibt es diesen Berg überhaupt nicht. Und schon hat sich der Berg bewegt. Aber ich habe mich bewegt. Ja, ich drehe mich jetzt extra so hin, dass du das hinter mir siehst im Video. Da ist es gerade hier in diesem Ausschnitt, ist der Berg nicht mehr da. Der Berg hat sich bewegt. Nein, der Berg hat sich nicht bewegt. Ich habe mich bewegt. Ich habe mich in eine andere Realität bewegt, in der es keinen Berg gibt, der mich stört, in der es keine äußeren Umstände gibt, die mich stören, weil ich weiß, ich kreiere meine Realität. Das heißt, ich wähle meine Realität aus von unendlich vielen Realitäten, die da sind. Und eine Realität, die sich mir anbietet, ist eben die Realität, wo dieser Berg da ist und dieser Berg mich stört. Und wenn ich aber weiß, wie das funktioniert, dass ich jede Realität anerkennen kann und sagen kann, ja klar gibt es eine Realität mit dem Berg drin, aber wenn ich diesen Berg nicht haben möchte in meiner Realität, dann gehe ich eben in eine Realität ohne diesen Berg. Und das ist ja nur dieses Beispiel, dass wir verstehen, dass es eben nicht darum geht, dass wir im Außen irgendetwas manipulieren, kontrollieren, irgendeinen Berg wegbekommen, sondern dass wir dadurch, dass wir unseren inneren Zustand verändern und bewegen in eine andere Realität, wir wählen eine andere Realität, obwohl wir gleichzeitig sagen, es existiert eine Realität, wo dieser Berg da ist und der stört mich. Diese Realität gibt es, aber ich wähle eine Realität ohne einen Berg, der mich stört. Ich akzeptiere alle Realitäten, die zu Hause sind. Das sind unendlich viele. Ich brauche sie gar nicht alle kennen. Und ich kann entscheiden, ob es eine Realität gibt, in der ich einen Berg bewegen muss, das heißt, ein Problem bewegen muss, oder ob ich eben in einer Realität mich befinde, in der kein Berg da ist. Ich habe keinen Berg in meiner Realität, ich habe keine Probleme in meiner Realität, weil mein Search-Konzept eine Person, eine Persönlichkeit, ein Bewusstsein beschreibt, in der meine Wünsche erfüllt sind. Und entweder bin ich in der Lösung, wo meine Wünsche erfüllt sind und denke und fühle und sehe alles aus dieser Lösung heraus oder ich bin eben in einer Problematik und habe diesen Berg als Problematik. Ich sage, der Berg, der stört mich, der nimmt mir die Sicht, der nimmt mir die Sonne oder ich drehe mich einfach um und drehe mich der Sonne entgegen. Und dann gibt es in meiner Realität eben gar keinen Berg mehr. Dann gibt es in meiner Realität kein Problem mehr, weil ich meinen Bewusstseinszustand verändert habe. Und das ist so eine schwierige Arbeit, die die meisten Menschen einfach nicht durchziehen, nicht lange genug durchziehen, sich nicht lange genug immer wieder klar machen. Ich bin diejenige Person, die einen Berg sieht, die einen Berg manifestiert. Ich interpretiere und übersetze äußere Umstände, anstatt dass ich tatsächlich immer wieder reingehe und sage, wer bin ich? Ich bin jemand ohne Probleme. Ich bin jemand mit Lösungen. Ich bin jemand, der geachtet, geliebt, unterstützt ist. Einfach, weil ich es festsetze, weil ich das sage. Ich lebe in einer absoluten Fülle und erfüllt halt. Das ist mein Zuhause. Und alle Wünsche von mir sind da, weil sie schon erfüllt sind. Und das bedeutet, wer bin ich? Wie denke ich über mich? Wenn ich keinen Mangel habe, dann denke ich eben nicht, wieso hat dieser Mensch mich nicht gegrüßt? Dann denke ich nicht, wieso hat dieser Mensch mich angerufen? Dann denke ich nicht, wieso habe ich das und das jetzt nicht. Wenn ich erfüllt bin, wenn ich wirklich erfüllt bin, wenn ich in dem erfüllten Bewusstsein bin, dann denke ich anders. Und dieses Konzept muss ich mir zusammenstellen wie einen Trainingsplan. Weil wenn ich einen Marathon trainieren will, laufen will und da erfolgreich sein würde, dann brauche ich auch einen Trainingsplan, an dem muss ich mich halten, immer wieder trainieren. Aber die wenigsten Menschen nehmen sich die Zeit und machen sich diesen Trainingsplan, weil sie tatsächlich halt glauben, das Schicksal hat ihnen gesagt, wer sie sind und das Schicksal sagt ihnen, was, 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 was in Stories im Lager ist und alle Wünsche oder so ist ja einfach noch da, um mich zu teasen, um mich zu ärgern. Wünsche kommen nur auf, um mich zu frustrieren. Wünsche sind nur da, um mich zu enttäuschen und mir zu sagen, immer wieder, ja, du kannst es ja nicht haben, du kannst es ja nicht erleben und so weiter und so fort. Und diese Ansicht haben wir als Menschen. Deswegen gibt es ja auch Trigger. Aber im Divine Design, im reinen Bewusstsein, im Schöpferbewusstsein gibt es doch gar keine Trigger. Hast du das Gefühl, Gott ist getriggert durch irgendetwas, was der Mensch sagt? Meinst du, es triggert ein göttliches Bewusstsein, wenn der Mensch sagt, oh, ich bin nicht gut genug und ich kann das nicht und das kriege ich nicht hin und wie soll denn das gehen? Ein göttliches Bewusstsein, das hört er vielleicht noch nicht mal. Ein göttliches Bewusstsein ist nicht mal auf der Frequenz, nicht mal auf dieser Wellenlänge, solche Unterhaltungen wahrzunehmen. Dann frage ich mich, warum streckst du nicht einfach ein in dein göttliches Bewusstsein, nimmst solche Unterhaltungen auch überhaupt nicht wahr und bist in einer Frequenz, wo nur aus Erfülltheit gedacht wird. Nur gedacht wird, du hast mein Wunsch, geil, das hätte ich gerne, so cool, kann ich haben, werde ich haben, ist schon meins. So ein Denken musst du dir selber beibringen. Und das geht einfach nur irgendwann mal in den Automatismus um. Wenn du genug übst, wenn du das alte Computerprogramm überschrieben hast, dann wirst du in so einen Automatismus kommen. Aber wenn du dir die Zeit nicht nimmst, wenn du dir die Dedication, die Hingabe nicht nimmst, dich vom einen zu lösen und in den anderen Zustand reinzugehen, dann hast du immer das Gefühl, es ist für dich nicht. Dann hast du immer das Gefühl, die anderen können es, aber du kannst es nicht. Aber der einzige Unterschied ist zwischen dir und denen, wo du glaubst, dass die das machen können oder dass sie schon tun können, ist der Unterschied, dass sie sich nicht aufhalten lassen. Dass sie so eine große Überzeugung haben über diesen Prozess, über das Prinzip der Schöpfung, über die Energie der Manifestation, über das Wissen, wer man ist, als die Quelle, als die Ursache, von allen Vorstellungen, die ich habe. Und die Menschen, die sich dann verändern, die haben sich auch nicht über Nacht verändert, sondern sie haben einen Prozess in Gang gebracht, den sie aber nicht mehr abgebrochen haben. Einen Prozess, von dem sie 100% überzeugt waren, dass er funktioniert. Das ist ja das Nächste. Du kannst dich nicht zwingen, etwas zu machen oder bei etwas dran zu bleiben, wo du nur den leisesten Zweifel hast, ob das der richtige Weg ist. Und genau da komme ich ins Spiel und da möchte ich helfen, diese Zweifel auszuräumen. Weil immer wieder diese Zweifel bringen einen dazu, nicht die nötigen Schritte, nicht die nötigen Entscheidungen, nicht die nötige Umsetzung, nicht das nötige, dranbleiben zu praktizieren, bis sich im Außen genau die Veränderung zeigt, die ich will. Und jetzt komme ich auch gleich zum Schluss. Oftmals ist es ja auch so, dass ich es dann geschafft habe und ich sehe die Veränderungen, die ich haben wollte. Und plötzlich geht wieder alles zurück zu einem bekannten alten Zustand. Und ich sehe die Veränderungen wieder in die andere Richtung sich verändern und sich bewegen. Und das liegt einfach immer noch daran, wenn ich alte Zustände, Bewusstseinszustände, nochmal ansehen muss, erkennen muss, dass ich die halt immer noch kreiere. Das ist aber alles, das heißt nicht, dass es für ewig wieder in diesem anderen Zustand, in dem unerwünschten Zustand bleiben muss. Das heißt nur, ich muss hier nochmal mehr, tiefer gehen, damit ich diese Sachen, die sich im Außen wieder gezeigt haben, finde bei mir, in meinen Überzeugungen, um hier wieder eine Änderung, eine innerliche Änderung zu bewerkstelligen. Und das muss ich halt manchmal Schickmal machen, unfähige Male. Und das macht aber nichts. Das muss ich mir auch klar machen, es macht nichts. Das Einzige, was wirklich was macht, ist, wenn ich anfange zu zweifeln, wenn ich anfange aufzuhören, zu wissen, wer ich wirklich bin und meinen Verstand und meinen Körper aufhöre, dahin zu trainieren, um diese wahrhaftige Wahrheit. Das ist das Einzige, was etwas macht. Ansonsten ist kein äußerer Umstand irgendwie problematisch, kann mich nicht aufhalten, gibt es nichts, was mir verbieten kann, die Person zu werden, die ich aus göttlichem Design eh schon lange bin und hier mein menschliches Denken mit meinem göttlichen Design, mit meiner göttlichen Wahrheit verbinde, in den Worten von Dr. Tho Dispenza eine Kohärenz zwischen Hirn und Herz darzustellen. Aber auch da gibt es wieder, das ist ja wieder Platz für ein anderes Video, gibt es so viele Missverständnisse, dass Leute das Gefühl haben, diese Kohärenz, stellen sie doch Meditation nah. diese Einheit, die wird einfach und allein durch Glauben und Festlegen eine festgesetzte Entscheidung, dass mein Kopf jetzt in Zukunft göttlich denkt, sprich aus meinem göttlichen Design, sprich aus meinem Herz, wo viele halt dann nicht wieder wissen, wie spricht denn mein Herz. Deswegen sage ich lieber, frag dich, wie spricht Gott? und dann denkst du und sprichst du so wie Gott die Dinge in Existenz. Und da kommt eben auch wieder so eine große Problematik, über die ich noch ein anderes Video mache, glaube ich, über diese Missverständnisse zwischen Herz- und Hirnkohärenz, weil viele nicht wissen, was das bedeutet und wie sie wirklich in diese Kohärenz kommen und warum man in diese Kohärenz kommen soll. Also bleib gespannt auf das nächste Video für diesen Thema und ich wünsche dir einen tollen Tag und keep manifesting, keep being. Being is manifesting. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.